Abwurfs. Holger, der dann aufgrund dieses Stehers dann mit Zeit am Ende diesen 7-Punkt hat kassiert. Jetzt schauen wir auf die Runde von Kendra. Kendra, Clarissa Brenkopp, gemeinsam mit à la carte. So, Situation nach Kombination. Wendung hier auf diesen Stein und das klappt ganz, ganz ideal. Und jetzt heißt es den Schwung nur noch mitnehmen. Wir ziehen auf jeden Fall in den vorderen Bereichen mit dabei sein. Alles ideal geklappt. Jetzt heißt es Daumen hoch für Münster, natürlich für Forster. Motivationsabbrauch für Lars Niebeck, Deutschland.